So, das haben wir wieder. Ich hab jetzt mal die Auflösung herunterstellen müssen. Es ist jetzt leider kein Full HD. Aber egal. Ich glaub, viele schauen das auch gar nicht in der hohen Auflösung an. Wurscht. Eben. Schaut auf jeden Fall schon viel besser aus. Ja, wesentlich. Die Frau moscht. Und spielt eher Schlagzeug. Die hört nicht auf. Können wir das auch? Meine wunderschöne Hübe. Ich werde es nie wieder sehen. Wenn ihr das gesehen hättet. Bitte holt es für uns zurück. Sonst weiß ich nicht, was wir machen. Weinende Wespe. Biene. Fliegt und sticht. Ist mir ja wurscht. Oh, einfach folgen die Signen. Oh. 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 Folgen die Signen. Nasty. Ja, jetzt läuft's. Perfektor. Ah, ich lieb dieses Lied. So, da ist der Hive, der da gestohlen worden ist. Den nimmst du jetzt doch gleich mal mit. Ja. Starkes Eichhörnchen. Hey, einige wunderschöne Leute versuchen zu stehlen unseren neuesten Hive. Komm mal, wunderschönen. Ja, wir holen ihn. Komm, komm, komm. Komm, komm, komm. Komm, komm, komm. Komm, komm. Komm, komm. Komm, komm. Ja, auf N64 ist das sogar schwerer. Weil du musst den Controller immer auf Ausschlag behalten. Und das natürlich ist zu viel nach Vollentschlag. Ja, 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 das sowieso. Treffung ist nicht über die Stärke, was? Genau. Oh, 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 oh. Der denkt sich jetzt gleich was voll Böses. Konker, muss man mal schnell lesen. Oh, wirklich? Das hat mich nicht überrascht. Was? Nichts. Insofern, als Reward für eure guten Service zu der B-U-Kommunität, ich präsentiere dich mit diesem. Oh, nein, er hat's bloß gesagt. Kann jemand kommen für mich? Ja. Oder was von einem Hund? Ja, Gaspreis. Und, das zeig ich jetzt mal. Ich hab jetzt 100 Dollar. Ja. Und um weitere Parts im Spiel freizuschalten in der Welt, braucht man Geld. Also, ich muss immer mehr Geld sammeln, um mit dem Spiel weiterzukommen. Das ist praktisch so ein kleines Ziel. Das ist schade. Und jetzt kommt noch mal ganz kurz ein nerviges Tutorial, aber dann... Geht's. Ich weiß nicht, ich habe einen von diesen Schälen. Ich weiß nicht, ich habe einen Schälen. Ich weiß nicht, ich habe einen Schälen. Nein, ich weiß nicht, ich habe einen Schälen. Okay, dann. Ja. Wie ich zum ersten Mal... Na gut, das zeig gleich. Es ist mir wieder, Mr. Skycrawl-Berdy. Hey. What seems to be a problem? Oh, yeah. You need manual... Oder was? Na? That doesn't work. Hey. Kostya? Oh. How much? Uh. Got any mapsy pox? What? Dammer. Actually, uh... I think, uh... Well, uh... Well, why? Yeah. Stimmt, ja. Long time. We love manual long time. We love you long time. There you go. Manual. Just press B. Oh! Get me out of here! Hey, you! Come here! Come on! I wanna go back in there! Hurry up! Okay. It's me. Yeah. Yeah. Oh! Ah, der ist so toll, der Pumpe. Genau. Als ich zum allerersten mal das hier oben gesehen habe... Weißt du... Es ist ein Nintendo 64-Spiel. Ja, 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 ja. Und... Bei Mario Kart zum Beispiel hast du mal gesehen, so diese Schoko-Berge und so weiter, hab ich auch gedacht, das ist sowas. Nein, Leute, das ist keine Schokolade. Und ich lass euch mal selbst, äh, überlegen, was es sein könnte stattdessen. Da kommen wir später eh noch drauf. Das sind keine Schoko-Berge. Zombie. Ah! Seems to be an instruction book. Oh, I see. It's got a more complex stuff. It'll appear the first time you use a more complex stuff. And if you need it again, then press L. And B. At the same time. To skip it, just press B. Skip. Ah, skip. It's not. It's not. Let's see now. Use control stick to aim. And Z-Button to fire. That seems simple enough. Okay. So. So. Töte sie! Verblut. Is ja auch n Kinderspiel. Natürlich. Ich hab's Schloss geschossen. Schon wieder. Sauerei, ich hab'n erwischt. Double-K.O. Oh, was ist das denn? Normalerweise nur zweimal nacheinander schießen, wirst du es hier treffen. Das machst du sehr gut. Das ist Vorführeffekt da. Ja, ja. So. Ja, Deck der Kongress sagt uns jetzt auch gleich, dass der Weg nicht das ist, für das ich es zumindest von Anfang gehalten habe. Hm, warte, ich denke... Aber wir tun es trotzdem nicht. Hm. 10 o'clock. 10 Minuten jetzt. Oh. Well, wir kommen später später. So. Hm. Yummy, Sprache. Das ist kein Honig. Okay, doch. Oh, nein. Da-da, da-da-da, da-da-da-da-da-da-da. Da-da-da-da-da. Da-da-da-da. Penis-propeller. Das war bis jetzt erschützt. Oh, jetzt gehen wir da. Und dann, mein Vater, dann, mein Gott, wir werden sehen, wer die Lacktape benutzt. Oh, ja, ich sage, little fella, du besser gehst du von meinem Beckerbrunnen. Gee, so viele Leute hier wollen mich lösen diese Probleme. Was soll ich für mich tun? Ich werde dir was ich tun, ich sage, ich werde dir was ich tun. Du gehst mit dem Freakon-Mouse-Kritter und vielleicht werde ich dir helfen. Vielleicht. Oh, nur noch eine Sache, ich sage, nur noch eine Sache. Du kannst mit meinem Freund, Birden sagen, mein Name, Jack und alles. So, kleine Trigger, Mann. Den noch, ist das der Dandy? Nein, 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 nein. Ah, Dandy, blödsinn. Fuck. Bird, Bird will be. Bird ist der Fall. Hi, you must be Bird. I'm Bird. Jack sent me. I'm opening the gate for you here. And you can get on me, right as I'm related. What are you trying to do? Das sind die alle voll auf Drogen. Juss. Das ist all you do? Green. Komm her. Das ist nicht mal so einfach, wie es vielleicht ausschaut. Ja, hab dich. Käse mit Augen. Hey, help Bill. So was kriegst du eigentlich sonst nur in der Cornels. Oder in der Schweiz. Ja. Da muss ich mich nämlich beeilen, weil wenn ich zu lange brauche, dann zappelt der Kiesel zu euch und dann fällt er weg und dann kutzt uns. Das muss ich jetzt dreimal machen. Das war toll. Oh, uh, uh, I'd like another though, if that's okay. Die Drogenmaus. Hallo auf Drogen für dich, ne? Ja, hallo. Was die für einen Schwachsinn labern.